AIME! Ey, dipp ihn, dipp ihn, dipp ihn! Alter, du bist so lang, Leute! Du bist so ein Idiot, Digga! Du bist dimmer, als du und sein Vater! Oh, ich glaub jemand ist so ne Kapka-Mine. Was?! Hä? Jemand muss mir helfen, wie auch immer ich gerade gestorben bin. Ach, denn du bist in die Wand gelaufen, du Idiot! Vollidiot, Alter! Von Brandiisten! Deswegen bist du nicht da hochgegangen, weil das sieht voll... Aha! Wo legt der bitte die Behrensenfalle hin? Behrensenfalle? Ach, hier! This is your first time playing for us? Der legt hier einfach wie so rechts von der Tür! Oh no, fuck! Holy shit! Ey, der hat die Tür! Jawoll, ich werd von hinten abgeknallt! Wollt ihr mich fahren? Der ist schon im Raum! Er ist einfach im Raum und keiner merkt! Einfach einer ist im Raum drin, keiner merkt! Die haben das genommen! Nice, Nathan! Ja, Mann! Was soll ich machen? Der hätt auch so den Hunde gewonnen! Ne, einfach die Leute killen, wenn die in dem Raum sind und nicht einfach random schlimm bleiben, weil neben dir war wieder einer! Ja, was soll ich machen? Kein anderer schießt auf ihn! Ja, doch, das war ein Lucky! Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand! Hier wird euch richtig heiß! Das ist jetzt scheiße richtig! LOL! Das ist eh! 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 Das ist ne Frostbombe! Ey Leute! Sag mir wo die sind! Dann ist da so ein welcher Fenster! Wo du grad warst! Ey, ist das dein Ernst? Will man noch? Ja! Da! Pass auf, aber der kann baiten! Der kann baiten! Schieß vorgierer! Schieß vorgierer! Ich werde zurück teleportet! Wechsle! Da wo wir waren! Casino? Casino! Wieso muss ich hier mit Elektron einfach? Casino! Ja, Jonathan, kannst du das aufbauen? Hier die Tür! Vor mir! Ich will mich Flash unten durch! Flash kommt jetzt! Scheiße! Doch nicht! Das ist jetzt trotzdem noch zu! Warte nochmal, okay? Warte nochmal! Flash kommt! Er hat wieder nicht geglaubt! Warte nochmal! Jetzt ist mal! Flash kommt! Ich hab' nicht geglaubt! 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 Neuer Ordner 2 Wobei, was ist das denn? Echt? Echt? Nicht so? Da sind meine 20 Gigabyte drauf, Alter Ich glaub ich hab grad zu viel gesagt Ey, ich kann hier nix fetschern Oder? Ne, hier ist gemutet, probier's nicht mal, hier ist gemutet Nice Ja, das ist so Gläs kann das Ja! Bestes weg, warum? Irgendjemand anderes sollte das vielleicht ausbreiten, nicht gut haben Aua! Ja, die gucken zu zweiter Bisschen an Lucky Dennis, du hast so ADHS, Alter Blein draußen Dennis, geh rein! 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 Warum? Dennis, geh hoch Aber da schneidest du sowieso aus deinem Video drauf Besser nicht aufladen mit der Woche Ich schad, dass du hier einfach reingegangen bist Ich schad, dass du hier einfach reingegangen bist Du hast so ADHS! Was? 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 AIME! Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr morgen früh aufwacht Ihr habt noch 5 Minuten Zeit, um den Bus zu bekommen Und dann habt ihr einfach richtig Bock, euch grad einfach runterzuholen Was? Was? Das habe ich aufwand Flashback! Nice, du bist noch nicht mal bei uns Ja, ich bin aber mit der Kamera hier T-Play Ey, wer ist flasht denn die ganze Zeit? Probier mal dein Störssignal wegzumachen Welches? Dennis, schieß doch! Hab ich doch irgendwie! Du hast Dennis abgeschossen Ja, wenn Dennis nicht ballert Ich hab doch viel geballert Was nimmt man als APS-Refermasteries mit? Nix Selber Nein Nein, selber du Wichser Selber du Wichser? Ne, selber du Geld überweisen Ne Doch Ne Doch Du mal los AIME NACK TOI Krill supportet dich nur beim Arsch abwischen Wenigstens hat er ein bisschen Support, nicht so wie du Brofum, halt die Fresse aber